Dieser Mini-Hund legt eine ganze Autobahn lahm. Der kleine Chihuahua wird von einem riesigen Pitbull erschreckt, büxt aus und läuft in seiner Angst auf einen vollbefahrenen New Yorker Highway. Lebensgefahr für den winzigen Hund, hier droht er schnell unter die Räder zu kommen. Doch das wuselige Tier wieder einzufangen ist gar nicht so einfach, es beginnen dramatische Minuten inklusive Verfolgungsjagd. Denn mehrere Autofahrer bemerken den Ausreißer und wollen ihn retten. Allerdings haben sie nicht mit seiner Ausdauer gerechnet. Die Dashcam dieser Autofahrerin filmt alles mit. Immer wieder versucht sie ihn auf einer Spur zu halten, hofft, dass ihm irgendwann die Kräfte ausgehen. Dann bemerkt sie, dass etwa 20 weitere Autos genau das gleiche machen. Bis sogar diese Frau aussteigt und hinter dem winzigen Chihuahua herrennt, zugegeben, die Aktion ist nicht ungefährlich. Am Ende ist sie aber von Erfolg gekrönt, der Chihuahua ist in Sicherheit. Und durch einen Social-Media-Post wird sogar sein Besitzer ausfindig gemacht. Hund und Herrchen geht's prima und seinen wilden Sprint über den Highway wird der Kleine hoffentlich schnell vergessen haben.